Leute, was läuft, was geht? GambleJoy jetzt zurück, eine neue Folge. Ich bin heute im Five Gringos Casino und ich habe das Unfassbare gekriegt. Also wirklich unfassbar. 9.648 Euro auf 6 Euro. Guckt es euch an. Was ist das für ein Bild? Ich wollte einfach nur ein bisschen zocken und dann kommt so ein Brett. Was ist das? Alter Verwalter. Ich habe 11.000 Euro drauf. Wisst ihr was? Eine neue Folge im Five Gringos Casino. Wir kaufen jetzt einfach für 6 Euro ein bisschen. Ich gucke, was ich mir in den 10 Millisons mache. Krank. Krank, was für ein Bild. Einfach krank. Und er hört nicht auf. Er hört nicht auf, er will weiter. Ich merke schon. Jetzt noch mal drauf. 1.152 Euro noch mal. Junge, was macht er für Bilder auf 6 Euro? Alter. Geiz ist krank. Geiz ist krank. Wieder ein sehr gutes Bild. 703 Euro 20. Alter. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Ihr kennt ja meine Historie mit dem Casino. Es war ja schon mal so heftig. Einfach nur überragend. Was machen wir jetzt? Ach komm. Ich mache einfach so ein paar Bonus Buys weiter. Boah. Krass. Einfach nur krass. Geil. 6 Euro echt. Gucken, ob hier noch mal was kommt. Ich kicke das immer runter hier. Oh. Ja gut. Vielleicht kommt jetzt noch mal doch was. Weitermachen. Das Bild war, Alter. Hab ich glaube ich noch nie gesehen. Okay. 273 Euro. Ja. Das machen wir jetzt. Geht, plane ein bisschen auf den Swanny. Gucken wir mal. Komm. 700 Euro auf den Swanny. Ob noch was kommt. So ein Bild wie da. Jetzt sehe ich nur einmal. Wenn das auf den Swanny kommt, alles aus. Alter Verwalter. Einfach nur heftig. Einfach nur heftig. Fang. Ja, Leute. Falls ihr da auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergisst aber nie. Glücksspiel kann süchtig machen. Ja. Und spielt bitte nur mit dem Gain, was ihr überhaupt. Ah, schade. Jetzt auch ein Swanny reinzukommen so. Wäre auch hardcore. Come on. Come on. 25 Euro frisst halt schon gut, ne? Muss man schon sagen. Sonst bei 12 höchst uns auf. 12.000 Euro, Leute, die ich dann wieder drauf habe. Kann man sich da mal überlegen, was man macht. Ah, genau. Doghouse, Megavoyce. Einfach beste Game ever. Wie ich finde. Super Game. Genau, in diesem Sinne will ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich überlege mal wieder, was ich mache. Euer Gamble Joey. Abonnieren nicht vergessen. Bei Twitch vielleicht auch abonnieren. Gamble-Joey. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.